Hallo, Flüchtlinge. Der Kreuzer hat sich bei der Brücke versammelt. Jetzt wird niemand den Windlauf überqueren. Ich habe fast keine Lebensmittel mehr. Mir stehen wohl einige hungrige Tage bevor. Dieser Bauernhof gehört seit 50 Jahren meiner Familie. Dank dieser stranden Hexe ist jetzt alles weg. Wir haben geschlossen. Das Gebäude ist vollkommen zerstört. Was ist hier geschehen? Seid ihr sicher? Ich hoffe etwas Kohle für das Abendessen und einen Haufen Asche zum Schlafen für heute zu finden. Versucht ihr komisch zu sein? Oh, verschwindet. Ich habe nicht die Energie mit jemandem wie euch zu sprechen. Lasst mich an der Asche ersticken und sterben. Warum sagt ihr mir nicht, was nicht stimmt? Vielleicht kann ich helfen. Kann ich eure Sachen haben, nachdem ihr erstinkt und gestorben seid? Ich gehe, wenn mir danach ist. Was ist hier geschehen? Ich erzähle euch meine Geschichte, wenn ihr da geht. Ein Pack kettenrassender Kreuzritter hat sich betrunken und wurde rümpelhaft. Ich beschloss sie rauszuwerfen. Sie beschloss mein Gasthaus anzustecken. Im Feuer verlor ich drei Erbstücke, die mir alles bedeuteten und meine Frau hat mich verlassen. Die Kinder mahmen sie mit nach Baldurs Tor. Es tut mir leid, dass ihr das alles durchmachen müsstet. Ich kann nichts wegen des Kasthauses oder eurer Familie tun. Ich könnte etwas wegen der Erbstücke tun. Erbstücke? Wertvolle Erbstücke? Haben die Kreuzritter die Erbstücke mitgenommen? Ich könnte sie bezwingen und den Schatz als Bezahlung nehmen. Ich hoffe, dass eure Geschichte einen Sinn hat. Erbstücke? Wertvolle Erbstücke? Ich habe alles verloren. Meine Familie, mein Haus, selbst beiden Umhang, mein Schild, den Spiegel. Hätte ich meine Erbstücke wieder, würde das Leben vielleicht wieder lebenswert machen. Erzähl mir vom Spiegel. Der Spiegel gehörte meiner Frau. Er war seit Generationen im Familienbesitz. Sie meinte, er zeige die Wahrheit von allem, dass er wieder spiegelt. Erzähl mir vom Umhang. Der Umhang wurde mir als Andenker an fünf Jahre Dienst in der Stadtwache von Benluia übergeben. Er ist mein wertvollster Besitz. Ja, und was ist mit dem Schild? Ein Herzog von Banderskork habt mir persönlich den Schild als Belogen für Tapferkeit. Wenn eines der Gegenstände gestohlen wurde, dann der Schild. Wenn ich diese Dinge finde, wenn ich sie finde, was könnt ihr mir dafür anbieten? Findet alle drei Erbstücke und ich sorge dafür, dass es sich für euch not. Und außerdem könnt ihr kostenlos übernachten und speisen. Ja, ich tue mein Bestes, um diese Dinge zu finden. Eine Verlohnung, die sich lohnt. Ich drehe jeden versenkten Stein um. Ich werde hier sein und in den versenkten Ruinen meiner Träume sitzen. Ja. Halblingsschätze. Ich soll mich nach einem Schild im Spiegel und einem Umhang rumsehen. Aha. So, helfen mir die Götter. Es reicht bitte. Ich habe so viel mitgemacht. Ich kann nicht mehr. Was ist passiert? Vielleicht kann ich euch helfen. Oh, ihr seid etwas Schlamm auf eure Seite gekommen. Schluss wird übergeheulen. Und ich gebe euch etwas, über das ihr klagen könnt. Was ist passiert? Überlasst mich beim Leid. Mein Reichtum gestohlen. Mein Heim niedergebraten. Ich habe nichts, wofür es sich zu nehmen lohnt. Nichts. Aber meine Sachen sind echt. Das garantiere ich. Ich befürchte, ich habe nicht viel zu handeln. Als ich vor dem Kreuzung fuhr, musste ich viel zurücklassen. Was könnt ihr mir über die Geschehnisse in der Region erzählen? Wir wurden verflucht. Wir sind alle Flüchtlinge und haben uns zum Überleben zusammengetan. Aber einige von uns sind verschwunden. Fünf werden bisher vermisst. All ihren Besitz haben sie zurückgelassen. Es ist ein wahrhaftes Mysterium. Habt ihr eine Ahnung, was passiert ist? Ich weiß es nicht wirklich. Aber seht ihr diese große Elfe? Sie heißt Teleria. Sie kam genau vor dem Verschwinden an. Niemand weiß etwas über sie. Wenn ich die Vermissten sehe, gebe ich euch Bescheid. Der neulich wird als erstes verdächtigt. Nun, es ist ein Anfang. Ich rede mit ihr. Viel Glück. Die verschwunden werden. Natur? Puh. Wer braucht es? Twigs in meinem Haar? Bugs fliegen um mein Gesicht? Gib mir eine Stadt jeden Tag. Natur? Ha! Wer braucht die schon? Esst dir den Haaren? Insekten, die um mein Gesicht herum spüren? Ich ziehe jederzeit die Stadt vor. Völlig einverstanden. Sie mag manchmal lästig sein. Die Natur hat aber auch ihre schönen Seiten. Lass das Gehirn. Passt auf. Hinter jedem Baum könnte einen Hinterhalt lauern. Völlig einverstanden. Ist das so? Sag mir. Woran denkt ihr sonst noch? An meine Mission. Sie macht mir schwer zu schaffen. An euch, Safada. Was denkt ihr woran ich denke? Natürlich an mich. Wenn ihr tatsächlich an mich denkt, woran genau? Welcher Teil von mir beschäftigt eure Gedanken? Eure Schönheits. Ihr seid so schön umrahmt von all diesen Blumen. Euer Charme. Ich finde euch berauschend als Honigmeet. Ist das euer Bestes? Man hat mir mit weit mehr Grazie und Authentizität Komplimente gemacht. Eure sind so schwerfällig. Man könnte sie schon fast für Beleidigungen halten. Ihr habt etwas an meinen Komplimenten auszusetzen. Kommt zurück, wenn euch ein paar richtige Komplimente eingefallen sind. Vielleicht höre ich euch dann zu. Ja. Ihr braucht nur zu fragen. Es war mir eine Ehre, ihre Bekanntschaft zu machen. Der Kreuzung hat mir meine Lebensmittel weggenommen. Mir nichts gelassen. Ich gehe nach Süden. Und was finde ich? Mehr Zerstörung. Aber ja, die Vermissten. Die Verschwundenen. Ich sollte mit Teleria im Flüchtlingslabor über die vermissten Flüchtlinge sprechen. Guten Tag. Seid mir gegrüßt. Was wollt ihr? Ich habe mich gefragt, ob ihr mir vielleicht etwas über diese Welt erzählen könnt. Eine Unterhaltung hauptsächlich. Hier scheint eine interessante Person zu sein. Nichts. Ich werde jetzt gehen. Ich habe gehört, dass einige Leute aus diesem Lager kürzlich verschwunden sind. Fragen wir erstmal über die Wälder. Ich weiß nichts von Bedeutung. Ich schätze meine Privatsphäre. Lasst mich in Ruhe. Ich ziehe bewaldete Regionen vor. Doch heutzutage muss man flexibel sein. Was wollt ihr? Eine Unterhaltung hauptsächlich. Hier scheint eine interessante Person zu sein. Ich weiß nichts von Bedeutung. Ich schätze meine Privatsphäre. Okay. Nur wenige Elfen interessieren sich für politische Angelegenheiten. Ich habe das gleiche gehört, aber ich kenne niemanden, der verschwunden ist. Erod sagt mir, dass Leute kurz nach eurer Ankunft zu verschwinden begannen. Er denkt, ihr habt etwas damit zu tun. Habt ihr etwas Verdächtiges gesehen? Habt ihr eine Idee, was mit dem Vermissen passiert sein könnte? Habt ihr etwas Verdächtiges gesehen? Es sind so viele Leute in der Nähe. Ich kann hier nichts sagen. Da ist eine Lichtung gleich im Wald nordwestlich von ihr. Trefft mich dort und ich erzähle euch, was ich weiß. Ich soll mich mit Teleria im Flüchtlingslager über die... Ah, ich sollte zur Lichtung in Richtung Westen gehen, um Teleria zu treffen. Oh, aber irgendwas passiert hier gerade. Das Schloss dieser Trös ist bescheid und halb geschmolzen. Keinen Schlüssel würde es öffnen können. Doch dieser Schlüssel nennt sich Minsk und Gewalt. Okay, oder nicht. Schrott. Licht, das durch einen Riss in den verkohlten Fußboden scheint, er regt eure Aufmerksamkeit. Auf das wunderte Quell ist es nichts entdeckt hier. Ein loses Fußbodenbrett. Ah, da ist der Spiegel schon mal. Ein paar Kugeln. Was ist hier drüben? Ein Stapel verkohltes Holz, ein angenehmer Duft, erfüllt die Luft umherum. Okay. Also den Spiegel hätten wir schon mal. Und noch mehr Schrott, okay. Dann gehen wir jetzt nach, äh... Gut, nach Westen weiter können wir nicht. Ich glaube, ich gehe wieder nach Süden erst einmal. Oh, der Kunde den Teil des... Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend, hm? Ja, Halblings Schätze und Vermisste. Ah, da ist wieder ein Min hier. Ah, Teufel, zieht euch... Teufel, zieht euch das Fell ab. Ein paar Zombies. Solche übel Kreaturen müssen vernichtet werden. Ihr habt mit dem Ungeziefer ganz schön aufgeräumt, Fremder. Schade, dass ihr nicht früher vorbeigekommen seid. Also schade für die, die noch im Graben waren. Ich beschwere mich nicht. Daran vom klaren Hoch... Hochhammer. Das bin ich. Schlechter des Ungeziefers. Insbesondere der zweibeinigen Art, wenn ihr wisst, was ich meine. Mir ist schon klar, dass ich im Moment nicht so sehr nach... Ungeziefer-Beseitigung aussehe. Aber schaut mal. Ich wurde dem Glauben zu diesem Projekt hinzugezogen, dass es sich mit... Dass ich es mit Krammeltieren und so zu tun hätte. Wisst ihr, Ankeksars kriege ich ja vielleicht eine Schlange oder zwei. Und Hunde waren nicht Teil der Feinbarung. Habe nicht die richtigen Werkzeuge dabei, um mit diesen Dingern fertig zu werden. Ich bin Brennoe. Ich komme gerade aus Palos Tor. Wenn und Hunde nicht Teil der Feinbarung waren, was genau war es dann? Nur ein schlechter Handwerker schiebt die Schuld auf seine Werkzeuge. Nehmen wir mal die zwei. Das war ein unkomplizierter Vertrag. Oder zumindest dachte ich das. Ich sollte bei einer entlegenden Ausgrabung helfen, die von einem Talhund von Dumotail organisiert wurde. Sollen seine Kleriker doch aus irgendetwas Unangenehmes in dem Tunnel treffen, würde ich mich darum kümmern. Haben schon Dutzende und Hunderte von diesen Dingern gemacht, ohne in Schwierigkeiten zu geraten. Einmal gab es ein Grottenschrat-Nest. Das war das Schlimmste, was mir bisher untergekommen ist. Und ich bin damit fertig geworden. Und bin ich damit fertig geworden? War gar nicht schlimm verglichen mit dem, was in dieser Grube passiert ist. Wo genau ist diese Grube, von der ihr sprecht? Seht ihr die Höhle da, die Kleriker und auch Kaltherd waren? Wie sagt man noch? Erpicht sie, waren erpicht darauf, dass niemand, der vorbeigeht, irgendwas Verdächtiges bemerken sollte. Insbesondere dann nicht, wenn dieser niemand, wie war noch ihr Name? Kela dient. Sie haben sich Gedanken gemacht, wer da draußen so vorbeikommt. Hätten sich wohl besser Gedanken darüber gemacht, was sie da drin finden würden. Und was genau ist da drin passiert? Sie hatten euch, damit ihr ihnen helft, worauf sie stoßen würden. Oder zumindest dachten sie das. Oh, ich habe meine Arbeit, ich mache meine Arbeit und ich bin gut darin. Wenn ich alle Dinge, die ich getötet habe, auf einen Stapel sammeln würde, nur das wäre ein ziemlich großer Stapel, das ist alles, was ich sage. Und ihr könnt wenden, dass ich wieder reingehe, um noch mehr zu sammeln, sobald ich wieder bei Kräften bin. Wenn die Glücksarbeit wie heute ist, fände ich vielleicht einen der Priester neben vor und werde sogar für diesen Schlamassel noch bezahlt. Falls nicht, dann hatte der Zauber Kaltherd eine Truhe, die er nie aus den Augen ließ. Er war der Erste, der gefallen ist. Ich glaube, er hätte nichts dagegen, wenn ich sie mir als Bezahlung für meine Mühe nehme. Wenn natürlich jemand anderes da reingehe und die Truhe rausholen will, während ich mich erhole, könnte man mich überzeugen, halbe halbe zu machen. Da drin könnte immer noch jemand am Leben sein, und alles, woran ihr denken könnt, ist Gold. Also mache ich die Arbeit und die ernte die Früchte. Falsch gedacht, mein Freund. Ich werde diese Grube erforschen, aber alles, was ich da drin finde, wird mir gehören, und zwar mir alleine. Verbrennt euch die Knochen, ihr elenden Manditen, in Ordnung. Ich bin nicht in der Lage, euch aufzuhalten. Aber wenn ihr da reingeht, dann haltet eure Ex in den Griff bereit und möge Heila mit euch sein. Ihr werdet es brauchen. Zwerge von Dumatheun. Okay. Da ist eigentlich noch ein Min hier. Also da drüben hatten wir einen, hier hatten wir einen, hier haben wir einen. Das ist der vierte. Äh... Grabungsstätte der Zwerge. Aber ja, eigentlich wollte ich hier rein. Wenn ich herausfinden will, was mit dem Zwerge in der Grabungsstätte passiert ist, muss ich sie betreten. Safari, ne? Ist das, was ihr wirklich von mir wollt, überlegen wir uns ein paar nettere Aktivitäten für später, ja? Der Summe des Min hier ist mit lauter. Der Min hier gibt ein Angenehmtum von sich und seine Runen leuchten schwach. Er scheint aktiviert worden zu sein. 1, 2, 3, 4 habe ich jetzt. Sieht aber so... Ah, wow, jetzt wird es aber richtig neblig. Es ist eigentlich so, als ob es hier noch irgendwo weiter geht. Aber es geht nur noch hier hoch, zum Mobeltiertag. Ja. Dann würde ich sagen, diese Höhle betreten wir in der nächsten Aufnahme-Session. Ich speichere hier jetzt erst einmal. Das wäre... Let's Play 05 jetzt. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.